So, hallo lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich nehme euch heute wieder ein wenig mit in meinen Alltag. Es ist eigentlich schon richtig spät. Wir haben es jetzt schon 16 Uhr, genau. Ich filme heute ein bisschen mit, weil Luis mal einen Geburtstag hat. Und da wollte ich heute schon ein Geschenk aussuchen von mir und wir müssen zum Friseur. Ich weiß nicht, ob ich draußen genug filmen kann, weil es ist schon dunkel. Aber morgen werde ich auf jeden Fall weiterfüllen. Wir feiern nicht groß, nur mit Familie morgen. Erst mit Papa feiern die groß nächste Woche. Genau, ich morgen mit den Kindern, mit der Familie. Und würde einfach sagen, nehme ich euch mit und wünsche dir mal ganz viel Spaß beim Einbieten. Wir müssen jetzt laufen zum Bus. Morgen, Geburtstagskind, einfach schon acht Jahre heftig. Meine Mama hat wieder Torte für ihn gebacken. Was hast du dir für eine Torte gewünscht? Von Pokémon. Von Pokémon, ne? Von Pokémon. 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 Der lacht mir eiskalt aus. Und diese Wimpern, ne? Ich habe voll Lust, mir Wimpernverlängerung zu machen. So, ab zum Bus. Du Pokémon. Hey. Hör auf damit. Und, freust du dich schon? Mhm. So, ab zu Teddy Toys, oder? Jetzt kommt. Hier ist doch Minecraft. Wolltest du nicht dieses hier haben? Nein, aber es gibt so einen größeren Köpfen. Alter. Hm? Guck mal, was da ganz oben ist, was für Köpfen. Gefällt dir so? Nein. Aber ich will... Auf jeden Fall steht er zur Zeit wieder auf... Äh, Playmobil wollte ich sagen, auf Lego. Gucken wir mal. Und dann noch zum Friseur schaffen. Einmal durch den Weihnachtsmarkt, habe ich ihm versprochen. Genau. Kann er sich jetzt was aussuchen. Für morgen schick machen. Ich wollte auch noch kurz in DM rein. Ich brauche Wimperntusche. Nur die Wimpern, die sind so hässlich. Ja, mal gucken. Kleinen Kram. Zahnpasta. Nicht Bürste, Zahnpasta. Hier, Schatz. Oh, wie schön. Hier haben die diese Lichterketten und Sternen und Kugeln drauf. Kommen wir jetzt noch einmal kurz zu Teddy. Wir können diesmal hier den Friseur ausprobieren. Hier ist gleich links ein Friseur. Müssten wir nicht extra zu deinem laufen. Machen wir das hier in der Stadt. Weil der schneidest halt eh nicht so gut. Guck mal, hier gehen immer alle Männer hin. Hier gibt es immer nur so kleinen Kram. Ich weiß. Vielleicht GameStop. Ach ja, stimmt. Wir sind gerade bei der Stadt. Wir gehen jetzt Schuhe für mich holen. Wundert euch nicht. Ich zeig jetzt mal. Okay. Schatz, mach auf, nochmal erlauben, die nicht zu füllen. Was? Mach mal auf. Manchmal erlauben sie nicht. Hälsch. So, Hallelie, jetzt willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben es heute schon den nächsten Tag. Und es ist... Louis' Geburtstag. Ja, wie gesagt, heute feiern wir nicht. Wir feiern morgen, weil wir morgen kommt sein Bruder. Heute hat er halt nur die Geschenke bekommen. Louis, zeig dich doch nicht. Ja, aber wir hatten nur Geschenke bekommen. Wir haben ihn gesungen. Aber morgen werden wir Kuchen essen und alles. Genau. Und wir fangen jetzt zum Zahnarzt, weil Louis' Zahnschmerzen hat. Will ich die ganze Zeit zeigen. Genau. Und ich nehme euch vielleicht mit... Einmal noch. Nee. Okay, würde ich sagen. Einmal. Ich bin dann. So, wir sind wieder zu Hause. Zahn wurde bei Louis gezogen. Hat er richtig fleißig mitgemacht. Jetzt ruft er sich was von McDonalds als Belohnung. Aussuch. Ein Milchschick hat er schon ausgetrunken. Ach, er hat sogar die Spielzeuge bekommen. Was ist das? Hot Wheels irgendwas? Ja, auch zwei Burger mitgenommen. Essen wir erstmal. Ja, und dann gehen wir kurz meine Schwester, eine Bastik, auf. Dann würde ich einfach sagen, verabschiede ich mich für dieses Video. Und würde sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao. Leute, ich sehe gerade, dass das Video wieder voll kurz geworden ist. Das ist gerade mal 5 Minuten 36. Obwohl ich schon die Tage davor gefilmt habe, dachte ich mir, habe ich genug gefilmt? Aber anscheinend nicht. Ja, aber es ist auch blöd, wenn ich das jetzt komplett alles weglasse und erst morgen filme. Ich habe mir jetzt hier noch so einen Pinguin aufgemacht. Ich habe ihn verbockt drauf. Keine Ahnung, ich werde euch doch vielleicht morgen etwas mitnehmen, weil morgen essen wir Kuchen. Dann zeige ich euch für Luis Kuchen. Und dass meine Mama ihn gebacken hat. Aber heute feiern wir ja nicht. Wie gesagt, nur Geschenke bekommen gratuliert. Ja. Dann sorry erstmal dafür. Aber ich verspreche euch, dass ich bald wieder längere Videos abdrehen werde. Und das geschüttelt. Dann gehe ich vor.